Guten Tag und herzlich Willkommen. Dieses Video heißt Besonderheiten der organischen Chemie. An Vorkenntnissen solltest du die Schulchemie beherrschen. Ziel des Videos ist es, die besonderen Eigenschaften organischer Moleküle und organischer Verbindungen besser zu verstehen. Der Film besteht aus acht Abschnitten. Erstens der erste Eindruck. Zweitens die kovalente Bindung. Drittens organische Moleküle. Viertens physikalische Eigenschaften. Fünftens chemische Eigenschaften. Sechstens Herstellung. Siebtens Einsatzbreite. Und achtens Zusammenfassung. Erstens der erste Eindruck. Im Volksmund hört man häufig den Kernsatz. Die Chemie, was ja hauptsächlich organische Chemie ist, stellt sich dann so dar. Es knallt und stinkt. Als klar denkender Mensch muss man sich aber die Frage stellen. Ist das alles? Organische Stoffe stinken nicht nur, sie riechen mitunter und häufig auch sehr angenehm. Den Geruch, das Aroma der Zitrone kennt jeder. Hauptverantwortlich dafür ist die Verbindung R-Limonen. Aus der Pflanze Baldrian wird der berühmte Auszug gewonnen. Für das bekannte Aroma sorgt S-Limonen. Viele organische Verbindungen, den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com